Herzlich Willkommen hier bei Regen Urbexen Nein natürlich bei Urbexen mit Alex Und ja wieder Also geil wenn man zufällig woanders Wobei fährt man will ganz woanders hin Und zack hat man da hier ein nächstes Objekt Was man sich gleich mal Einverleiben muss Sieht das nicht geil aus Das Wetter ist passend dazu Richtig hier Kann gar nichts sehen von lauter Nebel Richtig geil und ich würde sagen Viel Spaß mit dem Video Und Ja dann gucken wir uns mal Bei diesem Objekt um Also habt Spaß Dann wollen wir mal Hier reingucken So Einmal wieder obligatorisch Das Badezimmer Einmal von außen schon mal gefilmt Ein wenig Aber es regnet hier in Strömen Und irgendwie Ist heute auch sehr viel gefühlt Los an Leuten Am Wandern Ne die Tür ist zu Aber wir gucken trotzdem mal kurz so ein bisschen rein Hier Mal schauen Vielleicht kommen wir woanders rein Aber die Tür ist tatsächlich zu Bewacht von Spinnenleben Wir gucken uns weiter um Nützlich Nützlich Dass hier da ist Uiuiui Die Dame bleibt mit der Kapuze hängen Ja an dem Bäumchen Ui Kapuze weg Da hinten ist auch noch was Uiuiui Hier guckt euch das an Auf dem Rücken meiner Frau Sieht ihr es schon Dass da noch was ist Wir nehmen euch mit Durch den Weg Durchs Gemüse Ja Ihr solltet ja mal sehen Wie lustig das ist Das gehört einfach dazu Zum Urwechsler sein Hier ist die Tür offen Hier ist die Tür offen Aha Gut Also natürlich So Oh Gott Alles klar Boah Okay Die andere Tür ist offen Es ist so kalt Ja es ist nass kalt Schatz Das ist richtig Definitiv So Dann gucken wir uns jetzt mal Hier um In diesem Oh ist das bauflächlich Oh 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 Leute Hier seht ihr schon Der erste Stock Gibt sich die Ehre Im Erdgeschoss Und Und Hier Es wachsen Pilze Wer also kennt Keine Ahnung Gerne in die Kommentare Ja es licht doch gut Sind so gelb-weiß Ja Hier werde ich mal meine Atemschutzmaske aufziehen So Ich gehe mal hier Boah Leute der Boden Alter Falter Der ist schon durch Aber richtig durch Scheiße Um Gottes Willen Boah Ihr hört es ja Ich bin hier außenrum entlang gegangen Boah Ich kriege hier die Regentropfen nur so ab Das ganze Ding ist total Marode undicht Oh Da wäre auch noch eine Tür offen gewesen Ha Lustig Ihr seht es ja da vorne Also das Ding hat irgendwie drei Eingangstüren So hier nehme ich mal meine Maske wieder ab Wir gehen mal hier entlang Ähm So Auch das noch nicht so kaputt Mal ist es ja mal zerschlagen So Wir gehen wieder raus Hier wird es Wenn ich runter schwenke In den ersten Stock gehen Aber Na ja Hier Geht es von der Eingangstüre Quasi rechts Da haben wir hier auch Schön zwei Schaufeln Sieht so aus Als hätte man das vielleicht schon mal versucht zu renovieren Oder so Weil die Tapeten unten sind Ein alter Lattenrost So Oh Ich gehe mal hier hoch Achtung Scheiße Hier wird es in den Keller gehen Also Leute Ob ich da in den Keller gehe Kann ich euch nicht versprechen Weil das Kein GPS Signal Sieht mir zu schlimm aus Kein GPS Signal Ich mache mal kurz Pause So weiter geht es hier Äh Links bei der A Die Dame des Hauses ging andersrum Ja ist doch Ist ja gut Also im Keller wird es auch schwierig Ey Junge Okay Ja von innen Da muss ich erstmal einen halben Meter runter springen Das habe ich schon gesagt Ich weiß nicht ob es machbar ist Oh guck mal Schicke Vorhänge Das sieht jetzt eher wieder so aus Wo ich sage Äh Ne so Tapeten willst du nicht haben Also mein Geschmack ist es nicht So was haben wir denn hier Oh ey alter Ups Oh Oh Leute Ich äh Eine Regel Ganz wichtige Regel Jetzt habe ich gerade gegen die Regel Nummer 1 verstoßen Guckt echt Immer bevor ihr einen Raum betretet Nach oben Ähm Da sind Schränke Und da liegt schon die ganze Decke quasi auf den Schränken drauf Und ich wäre jetzt hier reingelatscht Äh Ja bin ich das ins Wahnsinns Da muss ich mich selbst mal rüben Das geht mal gar nicht Ähm Hier ist echt Könnt ihr da vielleicht noch was auf Datum gucken Schaut da irgendwo was drauf Ne nur die Doch Baujahr 1960 anscheinend Also nach der 6 habe ich leider nichts mehr Ich gehe jetzt einfach mal aus Was dann vielleicht eine 0 dran war oder so Hier noch was Ah guckt euch das mal an die Decke Ach oh mein Gott Das ist mein Gott Wir waren ja schon sehr öfters in ein paar Häusern Wo wirklich die äh Decken die mir so gut aussahen und so So aber Hier ist auch mal wieder so ein neuer Neue Messlatte an Runterrocken Angesagt Hm Ja Oh Wer möchte denn jetzt nicht mal kurz auf die Toilette müssen Ne Die ganzen Spinnenweben Hm Kannst du dich einhüllen Während du da Dein Geschäft verrichtest Schön So wir gehen Aber weiter Und wie gesagt Ob Keller oder erster Stock Machbar sind Boah Bin ich noch am Schweren Überlegen Ich weiß Ich weiß Ich weiß Da war ich auch schon So Ja das dachte ich mir auch Hier wollte ich noch reingehen Das habe ich vorher noch gesehen Einfach nur Guckt euch mal an Normalerweise kennt man ja immer Hier diese Weißen Äh Heizöfen Und hier ist es Blau mit Schicken Rost Eine schöne Farbkombination Muss man sagen Ja Äh Äh Hier müsste unbedingt mal so ein Bautruppeinsatz in vier Wänden mal ran So Da ist ein Riesenloch in der Treppe Da ist ein Riesenloch in der Treppe Hier ist noch Äh das ist auch interessant Wir machten einen Schrank Oben an der Treppe ran Wenn da nicht gerade der Sicherungskasten ist Ähm Doch das ist er tatsächlich Ich gehe mal hier ganz Sanft an der Seite In der Treppenstube Ja genau Bleibst du unten Ja das ist der Sicherungskasten Ihr seht es hier selber So Und äh Damit hier Ne Was meine liebe Frau gesagt hat Da ist schon ein ordentlicher Rumpel drin Ähm Ich gehe ganz vorsichtig Gehe ich hoch Und wenn es zu gefährlich ist Dann lasse ich es lieber sein Ja und hier brauchen wir gar nicht weitergehen Ihr seht es ja schon selber Hier ist der Boden komplett durch Wir können hier nochmal kurz ein bisschen reinfilmen Ja Weil ihr wisst ja Sicherheit geht immer vor Und Dann bei solchen Objekten hier Um Gottes Willen Ich bin jetzt hier oben Hier ist auch ganz ganz komisch Aber hat man das früher so gebaut Ähm Wenn ich jetzt mal hier das Licht rein haue Hier von der Treppe hoch Hast du hier gewiesen Art Als wenn hier eine Tür Hätte mal sein können Und anstatt dass es dann weiter hoch geht Hast du da so eine Ablagefläche Okay Gut Kenne ich jetzt so nicht Hier haben wir noch In dem Räumchen Und ich gehe mal hier in Die Türzarge rein Hier noch eine schicke alte Lampe Aha Ich bleib mal aus den Räumen draußen Einfach aus Sicherheitstechnischen Gründen Ich bitte das Zu entschuldigen Und hier Die Türe Geht gar nicht auf Dann lassen wir das Und äh Jetzt gehe ich ohne euch wieder runter Und äh Dann kommen wir vielleicht doch nochmal in den Keller Bis dann So Ja bevor es in den Keller geht Die Frau macht gerade noch Fotos Hier geht es ja noch weiter Hä Das habe ich gar nicht gesehen Ja Leute Das kann ich euch natürlich nie unterschlagen Da müssen wir natürlich Ran müssen wir da Hier ist ein bisschen Holz im Weg Wir gucken trotzdem Oh okay Da ist nicht viel zu sehen Oh schade 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 Aber Hier haben wir noch so ein bisschen Was ich keine Ahnung Stallunterstand oder so Oh hier So eine schicke kleine Stalltür Auch hier Bisschen was Hier unten Sogar noch mit kleinem Guckfenster Für den Zufallshund ist es wieder cool Für den Zufallshund ist es wieder mega geil Auch wenn das Ding voll runtergerockt ist Schatz So Ähm Hier wieder an den Bäumen vorbei Äh Hier seht ihr Hier Der Baum Der liegt da schon ein bisschen länger Oh pass auf Dann gehen wir mal hier noch Kurz rin Natürlich ist es leer Ah Das Dach sieht hier nicht ganz so schlecht aus Wie im Haus selber Ah Hier ist dann diese kleine Türe Ja Leider gibt es da jetzt nicht so So viel zu sehen Aber wir haben ja noch den Den Keller Der auf uns wartet Äh Der soll ja von außen Laut meiner Frau betretbar sein Ist auch gut so Weil von innen Ne Lieber nicht Hier haben wir noch Garagen Da haben wir noch ein Ein Gülle Beziehungsweise Odelfass Da hinten Da müssen wir natürlich auch nochmal ran Also quasi Mal kein Onhänger Sondern ein Odelhänger Ein Onfass Ja ich muss mal überlegen Was ich da für Wortkreation So manche Sachen überlege Muss ich ein Alleinstellungsmerkmal Bei Youtube haben So Hier Hier Ah Hat auch noch hier diese Diese Seiten Beplankung drauf Kann auch sein Das ist einfach nur ein reines Wasserfass Etc Oder so war So Partyfass Wo sich manche zusammenbasteln Hier schwenken wir Da geht es nicht weiter Das sieht gut aus Überall Schon grün Alles nass Und vor allem vermodern Einerseits hat das Einen vollen geilen Charme Andererseits aber auch Mächtig gefährlich Und die Stufen Oh Hier wäre da übrigens da hinten Gehe wieder raus Und guck mal den Rest mit Mäli zusammen an Bis dann So da sind wir wieder draußen Jetzt gucken wir noch hier so ein bisschen Nochmal unterstand mäßig Ist da was Aber Ob das noch dazugehört Ihr seht ja hier ist ein Zaun Ob das wirklich noch zu dem Anwesen gehört Mag ich zu bezweifeln Eilig gesagt Hier rechts von mir Dieser Unterschein mit dem Odelfass Der hat dazugehört So Fazit Schatz Für Zufallshund Cool Cool Cool, kalt Und kalt Kalt, kalt, kalt So Dann hoffen wir mal wieder Ihr habt Spaß gehabt Bei diesem Video Und hoffentlich habt ihr schön warm zu Hause jetzt Ja Wenigstens Ihr müsst es warm haben Wenn ihr dieses Video anguckt Wie gesagt Wir sind jetzt hier noch im Dezember unterwegs Aber das wird dann irgendwann Wie gesagt Januar, Februar sein Wenn ihr das anschaut Dann wird es eh warm sein wieder Hoffen wir mal Also Ihr wisst ja Was meine Frau immer sagt Knöpfe drückt Genau Das Abo-Knöpfe Genau Like da lassen Nette Kommentare Genau Das ist dann der Button Der so aussieht Genau Macht er mal schön Und Dann Bis zum nächsten Mal Würde ich sagen Na Schatz Ja Bei Urwechsel Mit Mel und Alex Jeden Samstag Um 18 Uhr Genau Bis dahin Bleibt gesund Ciao Ciao Ja